Mein Name ist Rashid und heute erzähle ich euch meine Geschichte, wie ich mit vier Freunden und wie wir uns ein Imperium aufgebaut haben, was das Drogengeschäft angeht. Mehmet, ein sehr, sehr stabiler, er ist Türke, wir haben ihn Pablo genannt, weil er auf die Idee kam, das Ganze ganz groß zu machen. Dann kommt Paul, Paul ist Deutscher, Paul ist für das Organisatorische zuständig, Paul ist für den Vertrieb zuständig und Paul ist auch für die Finanzen zuständig. Sein Name ist in dieser Geschichte Gustavo, wir waren an unserem richtigen Pablo Escobar Film, deswegen Gustavo, Gustavo war der Cousin von Pablo. Dann haben wir Mike, Mike ist aus Ghana, Mike war für die groben Dinge zuständig, wenn jemand nicht bezahlt hat, sich irgendwie daneben benommen hat, hat er verteilt ab. Es wurde brenzlig, wenn Mike sich eingemischt hat und irgendwann kam auch Marco dazu, Marco auch ein sehr, sehr stabiler, halb deutscher, halb Türke. Die Geschichte fängt aber so an, dass ich, Pablo, Gustavo und Mike erstmal alleine waren. Marco kam erst viel, viel später. Es hat so angefangen, ich hatte eine Wohnung, in einem Vier-Parteien-Haus. Ich wohne ganz oben rechts, links wohnt ein Rentner gegenüber von mir, unten links und rechts wohnen auch Rentner. Ich habe mich natürlich von vornherein sehr gut benommen, wenn ich gesehen habe, die kommen gerade rein. Ich habe den Einkauf hochgetragen, den Rollator hochgetragen, all solche Dinge. Irgendwann haben wir angefangen, erstmal klein zu verkaufen. Wir haben erstmal selber ab und zu einen gejift, dann haben wir irgendwann selber verkauft, kleine Mengen, irgendwann wurde es größer und es wurde größer und größer und größer und größer und größer. Und immer wieder kamen Kunden zu mir in die Wohnung und haben sich immer wieder was rausgeholt. Damit natürlich die Rentner kein Verdacht schöpfen oder irgendwie einen Hasskick gegen uns kriegen, habe ich einmal beschlossen, weißt du was, ich klingel heute überall. Ich habe geklingelt, gesagt, pass auf, diese Treppenhausreinigung, die würde ich euch gerne abnehmen. Ihr seid Rentner, ihr müsst das selber nicht mehr machen. Ich werde eine Firma beauftragen, die das einfach für uns alle macht und ich übernehme die Kosten. Ach, würden sie das wirklich tun, das ist aber, lieb junger Mann und solche Geschichten. Ich habe gesagt, gar kein Thema. Auch unseren gemeinsamen Garten, den wir zusammen haben, um den muss sich auch niemand mehr kümmern. Da habe ich auch einen günstigen Gärtner gefunden, der wird das auch für uns machen, dass es auch immer alles hübsch aussieht. Und so können wir auch im Sommer mal alle gemeinsam sitzen und zusammen Kaffee trinken. Ihr habt damit nichts mehr zu tun. Das war für die Rentner so, als hätte ich denen alles auf dieser Welt gegeben, was sie brauchen. Wirklich alles. Sie hatten einen super lieben, netten, jungen Nachbarn. Sie müssten nie wieder Treppenhausreinigung machen. Sie müssen sich nicht um den Garten kümmern. Der Einkauf wird denn hochgetragen, wenn wir gerade das zufällig sehen. Rollator wird hochgetragen, ein ganz liebes guten Morgen, schönes Wochenende. Es war einfach perfekt. Wirklich perfekt. Ich war der perfekte Nachbar für diese Leute. Irgendwann wurde von Grün Weiß, wenn ihr versteht, was ich meine. Von Weiß wurde irgendwann Stein und immer so weiter und es wurde immer mehr und immer mehr. Und so hat dann, wie gesagt, Pablo die Idee gehabt, das Ganze etwas größer zu machen. Gustavo war für das Geld zuständig, für die Organisation zuständig und für den Vertrieb zuständig. Alles lief reibungslos. Wenn irgendeiner aus der Reihe tanzt, Mike ist hingegangen und hat in die Fresse poliert. Wenn jemand uns Geld geschuldet hat, Mike ist nicht ohne Geld wieder zurückgekommen. Ich habe gesagt, Mike, da und da. Da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, er ist hingegangen, er hat das Geld geholt. Egal wie, er hat es geholt. Das Ganze lief ein Jahr, eineinhalb Jahre Bombe. Wirklich Bombe. Es gab niemanden, der unzufrieden war. Jeder hatte seine Anteile. Alles war Bombe. Alles war wirklich Bombe. Nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren circa, ist leider, leider Gottes ein Rentner verstorben. Sein Name war Olaf. Olaf hat genau gegenüber von mir gewohnt in diesem Vier-Parteien-Haus. Und dann kam auf einmal so ein Gedanke, so scheiße, wer wird jetzt hier einziehen? Wer wird hier einziehen? Was wird das für ein Nachbar sein? Wird er uns irgendwann Fragen stellen? Und solche Dinge. Und dann kam Marco. Marco, um die 32 Jahre alt, halb Deutscher, halb Türke. Er guckt sich die Wohnung an. Das haben natürlich auch andere Leute, die sich die Wohnung angeguckt, aber Marco hat diese Wohnung dann bekommen. 32 Jahre alt, halb Deutscher, halb Türke. Aber ich schwöre es euch, er war stabiler als viele Kanaken, die ich kannte. Viele. Er ist da eingezogen mit seiner Frau, sehr, sehr liebe Frau und seinem einjährigen Kind. Er hat sich vorgestellt bei mir, bei den Rentnern, ich habe das gehört, wie er sich bei denen auch vorstellt. Er hat bei mir geklopft, geklingelt. Ich mache Tür auf, er sagt, hi, ich bin Marco, das ist meine Frau. Ich ziehe mit meiner Frau und meinem Kind ein. Ich wollte mich einmal vorstellen. Korrekt, Hand gegeben, Marco, wenn irgendwas ist, ich bin hier, komm vorbei, sag Bescheid. Wenn ich bei irgendwas helfen kann, sag ruhig Bescheid. Er hat sich, er hat nicht lange damit gewartet, sich Hilfe zu suchen bei mir. Es klingelt. Ich mache Tür auf, er sagt, du hast mir letztes Mal versprochen, wenn was ist, kann ich zu dir kommen. Ich so, was ist los, Bruder, was kann ich für dich tun? Er sagt, Bruder, wir haben gerade Waschmaschine bekommen und meine Frau und ich, wir kriegen das zusammen nicht hin. Sie ist ein bisschen zählicher, weißt du ja, es wäre stabil, wenn du mir vielleicht kurz helfen könntest, die Waschmaschine hochzubringen. Ich so, Bruder, gar kein Thema. Ich habe direkt meine Schuhe angezogen, runtergelaufen, pack du hier an, ich packe da an. Ich habe aber zu ihm gesagt, ich stehe vorne, du stehst hinten. Ich so, kein Thema. Waschmaschine nach oben getragen, in den richtigen Raum reingetragen. Ich so, Bruder, brauchst du noch irgendwas? Er sagt, nein, Bruder, Bombe, vielen, vielen Dank, ich küsse dein Herz. Bin wieder rübergegangen. Irgendwann kam Pablo, er sagt, und wie verstehst du dich mit den neuen Nachbarn? Ich so, der ist chillig, Bruder, der ist richtig korrekt. Und unsere Geschäfte liefen weiter, alles super, alles Bombe. Irgendwann, ich bin draußen im Garten, ich sitze da, habe mir eine kalte Eisdier geholt und sitze da und chill ein bisschen, spiele mit meinem Handy. Marco kommt, der will auch eine rauchen. Er setzt sich hin, er raucht eine, er sagt, Bro, kann ich dich was fragen? Ich so, frag, er sagt, kennst du vielleicht irgendjemanden hier, der mir was verkaufen würde? Ich gucke ihn an, ich so, was brauchst du denn? Er sagt, Bruder, ein Zehner. Ich so, ja, ich habe einen Kollegen, der macht das. Wenn du willst, ich rufe ihn an. Er sagt, das wäre echt stabil, Bruder, ich muss heute mal ein bisschen runterkommen. Ich hatte heute echt sehr, sehr viel Stress und ich muss einfach heute einen jiffen. Ich sage, ja, kein Thema. Anruf gemacht, Bruder, kannst du vorbeikommen? Ich habe ihm natürlich nicht erzählt, dass ich oben hier wahrscheinlich 300 Gramm habe. So gut kenne ich ihn noch nicht. Ein Kollege ist gekommen, einer auf den, ein bisschen Show gemacht. Das war Gustavo. Gustavo, wo es gekommen ist, hat ihn einen Zehner gegeben. Er wollte gerade ihn bezahlen. Ich habe gesagt, nein, nein, brauchst du nicht. Alles gut. Kein Thema. Geht auf mich. Und so ist es immer wieder mal passiert. Ich saß im Garten, er kam. Hallo, wie geht's? Was machst du? Dies und das und hin und her. Irgendwann, meine Freundin war bei mir zu Hause, hat seine Frau kennengelernt. Wirklich sehr, sehr korrekte Menschen, er und seine Frau. Seine Frau war noch lieber. Die war so korrekt und die beiden haben so perfekt zusammengepasst. Kennt ihr diese perfekten Pärchen? Genauso war das mit den beiden. Irgendwann sind wir zusammen essen gegangen. Marco und ich und seine Frau und meine Frau haben uns besser kennengelernt. und es hat sich wie so eine kleine Freundschaft entwickelt, so unter Nachbarn. Irgendwann, ich kriege einen Anruf von einem Kunden. Er sagt, komm jetzt raus, ich knall dich, ich baller dich jetzt. Was hast du denn für ein Problem, Digga? Wer bist du? Ich so, ich komme jetzt runter. Kein Thema. Er sagt, ich such dich schon den ganzen Tag. Ich habe gesagt, du brauchst mich nicht suchen. Wo bist du? Er sagt, ich bin vor der Tür. Ich habe gesagt, ich komme. Ich gehe runter, ich sage, was ist? Er fängt an rumzuschreien, packt mich hier so. Ich wollte ihm gerade ein Ding geben, aber ich habe gesagt, sei mal ruhig, Mann. Ich habe hier einen Nachbarn, Digga. Was ist los mit dir? In dem Moment, jemand reißt die Tür auf von unserem Block. Ich gucke, das ist Marco. Er guckt diesen Typen so richtig böse an. Er sagt, was ist? Was hast du für ein Problem? Er guckt mich an. Er sagt, alles klar bei dir, Bruder? Ich habe gesagt, Bruder, ist alles okay. Er sagt, Rashid, wenn irgendwas ist, sag. Ich habe gesagt, Bruder, nix. Er hat gesagt, wenn was ist, sag mir Bescheid. Rede. Ich habe gesagt, nein, nein, Bruder, alles gut. Dann sagt dieser Knecht, der so einen Stress macht, wer ist dieser Hampelmann? Marco sagt, ich bin ein Hampelmann und gibt ihm eine Bombe. Er sagt zu mir, Rashid, tut mir leid, Bruder, aber... Ja, nee, was denkt er, wer ist? Er gibt ihm so eine Bombe. Der Typ ist direkt schlafen gegangen. Direkt. Ich gucke, ich gucke Dings an. Hier, Marco. Ich war baff. Ich gucke diesen Typen an. Er steht wieder auf. Er sagt, mach das nie wieder mit mir und geht einfach weg. Diesen Typen kannte ich auch nicht so gut. Zwei, drei Mal, vier Mal habe ich ihn gesehen. Wie hieß der nochmal? Lars. Was interessiert mich dieser Lars? Digga, was willst du? Er sagt, er war zu wenig drin in der Tüte und was weiß ich und bla, bla, bla und qualitär hat er nachgelassen. Auf einmal kommt Marc runter und gibt ihm eine Bombe. Ich habe da erstmal die Jungs anguckt und gesagt, Jungs, unser Achbar ist stabiler. Ich habe heute ein bisschen Stress gehabt. Er kam raus, er hat direkt böse geguckt, was ist hier los, Bruder, brauchst du Hilfe? Der Typ hat irgendwie Hampelmann zu ihm gesagt, Marco gibt ihm direkt ein Ding. Er hat ihn sofort schlafen gelegt. Auf jeden Fall habe ich ihn dann in mein Herz eingeschlossen, weil er einfach ein richtiger Mann war und ich liebe es, wenn einer einfach ein Mann ist. Und er war genauso. Hin und wieder hat er natürlich, wie gesagt, von uns gekauft und er ist ja nicht dumm. Er hat ja gecheckt, hier kommen immer wieder Leute hin, vor die Tür oder kommen kurz nach oben. Er hat natürlich gecheckt, was abgeht. Irgendwann kommt er zu mir und sagt, Bruder, ich habe ein riesen Problem. Ich sage, was ist los, Bruder? Ich sage, Digga, die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat einfach Insolvenz angemeldet. Die haben so Bagger und sowas vermietet. Diese Baustellenfahrzeuge und sowas haben die vermietet. Verkauft und vermietet. Auch an China und bla bla bla. Die haben von China gekauft und hier verkauft und vermietet und keine Ahnung, er hat mir irgendwas erzählt. Auf jeden Fall diese Firma hat Insolvenz angemeldet. Er ist raus. Er hat auch sein Gehalt nicht gekriegt. Er ist auch in die Insolvenzmasse gegangen. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, was brauchst du? Er sagt, Bruder, ich brauche einen Job. Bruder, ich brauche Geld. Ich bin hier neu. Ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Ich habe keinen Bock auf Stress mit dem Vermieter. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, komm mal bitte heute Abend. Ich mache mir Gedanken. Er sagt, okay, Bruder, ich küsse dein Herz. Er geht raus. Ich rufe Pablo an. Pablo, komm mal kurz vorbei, Bruder. Pablo kommt. Ich sage, Bruder, Marco hat ein bisschen Probleme. Seine Firma hat dicht gemacht. Insolvenz. Er kann Miete nicht bezahlen und er braucht einen Job. Können wir ihn irgendwie bei uns mit reinbringen? Er sagt, ist er stabil? Ich habe gesagt, Bruder, was ich gesehen habe, der Typ ist auf jeden Fall stabil. Sag nicht hier so und so dies das. Er ist richtig stabil. Er sagt, lass uns Gustavo anrufen. Das ist sein Part. Er ist für den Vertrieb und sowas zuständig. Wenn er sagt, wir brauchen jemanden. Warum nicht? Ist doch okay. Ich rufe Gustavo und ich sage, Gustavo, komm mal vorbei. Gustavo kommt. Ich erkläre ihn die Situation. Er sagt, ich könnte ihn im Bezirk da und da noch gebrauchen. Können wir machen. Ich sage, okay, ich rufe ihn. Ich gehe rüber. In der Zwischenzeit kam Maik auch. Maik ist übrigens, wie gesagt, der Mann fürs Grobe bei uns. Auch wenn wir irgendwelche neuen Geschäfte abwickeln, Maik sitzt da und guckt die einfach nur böse an. Das ist so sein Part. Ich gehe rüber, ich klopf. Ich wollte nicht klingeln, weil sein Kind wahrscheinlich schläft. Ich habe geklopft, er kommt. Ich sage, Bruder, komm rüber. Er kommt rüber, er sieht die Jungs. Was geht, die Jungs? Alles klar. Gibt denen jeden die Hand. Setzt sich hin. Guckt uns alle an und sagt, und? Was können wir machen? Gustavo sagt zu ihm, du brauchst einen Job. Er sagt, ja. Er hat gesagt, pass auf. Du jiffst hier ab und zu ein. Du kannst hier und da ein bisschen was wegbringen. Ich gebe dir hier und da ein paar Gramm. Bringst du hier hin, bringst du da hin. Und somit ist deine Miete und sowas alles safe. Wir geben dir jetzt auch einen kleinen Vorschuss. Wie viel brauchst du für deine Miete? Er sagt, ich zahle hier 800. Tamam. Hier sind 1,5. Zahl deine Miete, hab noch ein bisschen Geld für dich. Arbeite das erst mal ab. Und danach kriegst du immer wieder was von uns. Er hat gesagt, Brüder, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich bin loyal und egal was passiert, ich bin da. Es sind hin und wieder mal so ein paar Dinge passiert. Marco hat immer wieder und immer wieder bewiesen, dass er ein Teil dieser Organisation sein will und auf jeden Fall stabil ist, loyal ist und hinter uns steht. Da waren ein paar 17, 18-jährige Jungs, die nicht bezahlt haben. Mike, kümmere dich darum. Mike geht da hin. Mike kriegt die Schläge seines Lebens. Mike ist eigentlich derjenige, der verteilt hat. Aber die sind mit acht Mann auf ihn raufgegangen. Mit acht Mann. Marco sagt, lass mich das klären. Lass mich das klären. Wir sagen, klär mal. Mike und Mark und zwei andere Kollegen gehen da hin. Mark geht direkt los auf den einen. Er hat ihn geballert. Er hat ihn auseinandergenommen. Mike hat einen auseinandergenommen. Die anderen beiden haben einen auseinandergenommen. Die haben die einfach zerstückelt. Das war Rache pur. Rache pur. Mike kommt wieder. Mike kommt wieder. Er sagt, Jungs, hättet ihr gesehen, was Mark mit denen gemacht hat? Oh mein Gott, ihr hättet Mark nicht wiedererkannt. Dieser liebe, nette Mark. Dieser Nachbar Mark. Das war nicht derselbe. Das war nicht derselbe. Das war ein ganz anderer Marco. Marco oder Marc. Wir haben ihn manchmal Marco genannt, manchmal Marc genannt. Auf jeden Fall stabil Cousin. Sehr, sehr stabil. Geschäfte liefen, Geschäfte wurden immer größer, immer größer. Wie gesagt, von Grün wurde Weiß. Von Weiß wurde irgendwann Stein. Von Stein wurde irgendwas Heftigeres dann irgendwann. Also wir haben alles gehabt. Egal, wer was haben wollte. Wie so eine Speisekarte. Wir haben alles da. Wir haben uns auch jeden Freitag um 17 Uhr bei uns getroffen. Jeden Freitag 17 Uhr. Marco ist da. Pablo ist da. Ich bin da. Aber Gustavo ist nicht da. Wir rufen Gustavo an. Sein Handy ist aus. Was geht jetzt ab? Wir rufen bei ihm zu Hause an, bei seinem kleinen Bruder. Wo ist, äh... Gustavo? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Kommt nix, wir warten. Es kommt nix. Drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Auf einmal ruft sein kleiner Bruder in seinen Gustavus im Knast. Wie Gustavus im Knast? Wegen was? Warum? Wieso? Weshalb? Wir wissen es nicht. Wir warten ein paar Tage. Sein Bruder war halt so unser Kontaktmann. Er sagt, Bruder, die haben ihn gepackt. Irgendwie wegen Drogen und keine Ahnung was. Wie kann das sein, Bruder? Wie? Check ich nicht. Was sagt der Anwalt? Er sagt, keine Ahnung. Ich so, gib mal die Nummer von diesem Anwalt. Gib mir die Nummer. Ich so, hier ist der und der. Er sagt, ja, ich weiß. Gustavo hat mir schon gesagt, dass du dich wahrscheinlich melden wirst. Ich soll mit dir reden. Ich so, was ist passiert? Tja, es gibt viele Beweise gegen ihn, dass er in einer kriminellen Organisation ist und die haben ihn gepackt. Die haben ihn einfach gepackt. Und ihn erwartet eine langjährige Haftstrafe. Er hat ja schon vorher Strafen gehabt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Raub und räuberische Erpressung und solche Sachen. Und jetzt, äh, BTM-Handel im großen Stil. Das wird ihn ein paar Jahre kosten. Ich bin schockiert, Alter. Ich sitze da. Ich bin schockiert. Pablo ist schockiert. Maike ist schockiert. Äh, Marco ist schockiert. Marco sagt, Bruder, ich habe einen heftigen Anwalt. Ich schwöre es euch. Ich habe einen heftigen Anwalt, der wird ihn da rausholen. Wie heißt er? Er heißt so und so. Ich so, bist du dir sicher? Er sagt, Bruder, vertrau mir. Er wird Gustavo rausholen. Wir rufen diesen Anwalt an. Wir reden mit ihm. Wir haben einen Termin mit ihm. Wir gehen da hin. Er sagt, leg mir jetzt 10.000 Euro auf den Tisch. Hol ihn raus. Ich so, Pablo, geh holen. Pablo holt 10.000. Wir legen ihn auf den Tisch. Er sagt, in ein, zwei Tagen ist er raus. Ein, zwei Tage später war er raus. Was geht denn jetzt ab, Alter? Gerichtsverhandlung kam. Der Anwalt, den Marco organisiert hat. Eine Maschine. Eine Maschine. Und wir dachten, unser Anwalt ist heftig. Eine Maschine. Ich schwöre es euch. Maschine einfach. Bewährung, zwei Jahre. Wie hast du das gemacht? Egal wie, er hat es geschafft. Ich gucke Marco an. Ich sage, Marco, Digga, was bist du für ein Motherfucker? Woher hast du diesen Anwalt? Er sagt, Bruder, dieser Anwalt hat schon das Unmögliche möglich gemacht. Er hat von Totschlag, schwere Körperverletzungen und sowas gemacht. Auf jeden Fall, Gustavo war wieder raus. Aber ich habe ihn gefragt. Ich so, Gustavo, wie wurdest du geparkt? Welche Informationen hatten die? Hat irgendjemand geredet? Er sagt, Bruder, ich habe keinen Plan, Mann. Die hatten alles. Die wussten, mit wem ich rede. Die wussten, wo ich bin. Die wussten, wohin ich gehe. Ich so, stand doch irgendwas über mich, über die Wohnung, irgendwas. Er sagt, Bruder, Gott sei Dank, nichts. Als wärst du nie ein Teil von meinem Leben. Ich habe gesagt, Bruder, okay, Alter, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Marco sagt, ich habe eine Idee. Ich rufe jetzt den Anwalt an. Er hat bestimmt die Akte. Er darf uns die jetzt geben. Vorher durfte er uns die nicht geben. Ich hätte sie holen können, aber ich wollte lieber warten. Aber wir können die Akte holen. Da steht alles drin. Ich rufe ihn an. Er ruft ihn an. Er sagt, Herr, so und so können wir vorbeikommen? Er sagt, ja, wir gehen hin. Wir sagen, wo ist die Akte? Wir brauchen die Akte. Wir wollen wissen, was da ganz genau drin steht. Er sagt, warte, ich komme gleich wieder. Du, komm mal mit. Ich gehe mit Ihnen mit. Wir gehen in einen Raum. Überall. Das war wie so ein großes Schlafzimmer. Und voll gepackt mit Akten. Voll gepackt mit Akten. Er sagt, da habe ich dich ja. Und zieht einfach so eine Akte raus. Auf jeden Fall, er nimmt die Akte da raus und sagt hier, gegen einen kleinen Bonbon weiß ich nichts und habe nichts gehört. Sehr okay. Ich weiß nicht, ob er mir die Akte geben durfte, nicht geben durfte. Er hat einen kleinen Bonbon von uns bekommen und damit war die Sache erledigt. Auf jeden Fall, wir gehen nach Hause in unsere Wohnung. Wir lesen, wir lesen, Telefongespräche. Hier ist er einkaufen, da ist er einkaufen. Hier macht er dies, hier macht er das. Alles mögliche stand da drin, wie wir beide uns getroffen haben, wie wir bei mir vor der Tür rauchen. Da steht auch noch drin, bester Freund von ihnen, Rashid so und so, alleinstehend, was weiß ich. Aber die hatten irgendwie nur Gustavo im Visier. Gott sei Dank. Sonst wäre Mike und Pablo und ich und Marco, wir werden auch alle geballert. Aber die haben Gott sei Dank nur Gustavo im Blick gehabt und der ist jetzt auch raus. wir haben irgendwann weitergemacht. Wir waren natürlich schockiert, aber das Geschäft muss hier weiterlaufen. Das Geschäft muss weiterlaufen. Wir haben hier auch noch ein paar Partner, mit denen wir zusammen was machen und der Ball muss rollen. Auch wenn Gustavo reingegangen wäre, der Ball hätte trotzdem weiter rollen müssen. Aber Gott sei Dank, dank Marco, lief es. Wir haben besprochen, dass wir Marco eine bessere Position geben und mehr Geld geben. Wir hatten jeder unsere 5.000, 7.000, 8.000 Euro, manchmal 10.000. Marco haben wir auch seine 5.000, 6.000 Euro gegeben. Er hat geliebt wie ein König. Er war glücklich. Er ist hier für uns hingefahren, da für uns hingefahren, hat hier Verhandlungen geführt, hat da was gemacht, hat da was gemacht, ist mit Mike ab und zu Geld holen gegangen, wenn jemand nicht zahlen wollte. der Typ war auch skrupellos, ich schwör's euch, der hat einmal Baseballschläger mitgebracht und hat gesagt, ich mach die heute weg. Er hat gesagt, entspann dich, wenn die wechseln, kriegen wir unser Geld nicht, bleib mal locker. Ja nee, er war so richtig in seinen Filmen drin, er dachte wirklich, wir sind hier bei den Narcos. Er hat gesagt, entspann dich, du kannst ihn nicht umbringen. Wenn du umbringst das Geld weg, er sagt, dann muss er seinen Cousin bezahlen, seinen Vater bezahlen, seine Mutter bezahlen, ist scheißegal, er muss unser Geld geben. Er hat gesagt, tamam, geh, geh, geh. Mach. Geh. Knall ihn. Bring ihn um. Mach mal. Du bist dafür verantwortlich, mach. Er sagt, ich komm heute nicht ohne Geld zurück. Er kam mit Geld wieder. Obwohl der Typ gesagt hat, ich bin broke. Ich hab gar nix. Er hat das Geld geholt. Wie? Schweigendes Gold. Auf jeden Fall, die Geschäfte liefen. Geschäfte liefen alle glücklich. Wir leben ein Leben im Saus und Braus, wie die Leute sagen. Urlaube gemacht, geile Autos gekauft, Geld gewaschen, Geschäfte aufgemacht, hier ein Kiosk, da ein Kiosk, hier eine Kneipe gekauft, da eine Kneipe übernommen. Es lief einfach. Es lief alles Bombe. Und dann auf einmal Pablo und Gustavo weg. Wo sind die Jungs? Selbes Szenario. Ich hab voll das Déjà-vu beide im Knast. Beide im Knast. Beweise hier und da und dies und das. Keine drei Tage später Mike. SCK-Einsatz bei Mike. Der Mike gepackt. Ich bin schockiert. Ich denk mir, was geht jetzt ab? Ich hör Marco, wir sitzen in der Wohnung. Wir beide sind verzweifelt bis zum Gehtnichtmehr. Digga, was geht hier ab, Mann? Wer versucht uns gerade so heftig ans Bein zu pissen? Marc sitzt auch da. Er nennt mir ein paar Namen. Er sagt, Bruder, meinst du, das könnte der sein? Meinst du, das könnte der sein? Meinst du, die wollen uns aus dem Weg räumen? Meinst du, der will uns aus dem Weg räumen? Er sagt, ich geh mal ein bisschen, ich geh ein bisschen los und informiere mich. Ich hab gesagt, Marco, geh los und sammle jede Info, die du brauchst, jede Info, die wir haben können, ist Bombe. Er sagt, ich geh los, ich bin in einer Stunde wieder da. Ich sitze in dieser Wohnung, ich hab die Kopfschmerzen meines Lebens, ich muss aber jetzt erstmal ein Jibbet rauchen. ich will mir gerade einen bauen, ich gucke, ich hab keine Kippen mehr und pur, hab ich keinen Bock. Ich geh kurz runter zum Kiosk, hol mir eine Schachtel. Du musst dir vorstellen, ich geh raus und links ist direkt die Endstadt. Direkt. Ich bin quasi direkt von der Stadt, also in der Stadt, Fußgängerzone, erstes, zweites Gebäude, da wohne ich. Und ich gucke nach links ist Endstadt, rechts auch noch ein bisschen Endstadt, aber dann Hauptstraße. Ich gucke kaum Leute da. Ich gehe rüber zum Kiosk, ich hole mir Zigaretten von Bernd. Er sagt zu mir, möchtest du noch eine Bild-Zeitung mitnehmen? Ich hab gesagt, wann hab ich mal eine Bild-Zeitung gekauft? Wann, wann? Sag mir nur wann. Ich denkst du, ich lese mir das durch, gucke mir nur die Bilder an. Und das, was auf dem Titelbild draufsteht, das reicht eigentlich schon. Der Rest ist sowieso Müll. Er sagt, was ist denn mit dir los, Rashid? Ich hab gesagt, Bernd, gar nichts ist los. Ich hab Kopfschmerzen. Er sagt, warte mal kurz. Er drückt auf so einen Knopf, Kaffee, er sagt, hier nimm mal einen Kaffee mit. Der geht auch aufs Haus. Beruhig dich mal. Das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich sag, ja, okay. Ich nehme meine Zigaretten, ich nehme den Kaffee, ich gehe wieder nach oben, ich baue mir den Jibbit, ich ziehe zwei, dreimal richtig schön dran. Und irgendwann hat's gewirkt. Kopfschmerzen, lass ein bisschen nach. Ich rufe Marco an. Marco geht nicht ran. Er ist gerade auf Tour. Er ist auf der Suche nach Antworten. Und ich überlege die ganze Zeit, verdammte Scheiße, gibt es irgendjemanden, der unzufrieden war? Gibt es irgendjemanden, den wir nicht korrekt behandelt haben? Gibt es irgendjemanden, den wir zu wenig bezahlt haben? Oder irgendwas? Und während ich das denke, höre ich einen Knall. Boom! Polizei, was weiß ich, die kommen rein mit Masken, Gewehren und was weiß ich. Und nicht die Polizei hat mich gestört, nicht der SEK-Einsatz hat mich gefickt, der Verrat hat mich auseinandergenommen. Marco war ein V-Mann. Marco ist mit denen reingekommen und Marco hat mir persönlich die Handschellen angebracht. Und Marco hat mich rausgebracht. Ich gucke ihn an, voll im beschifften Zustand. Meine Hände sind in Handschellen. Ich gucke ihn an, 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 mehr fällt mir dazu nicht ein. Mehr fällt mir dazu nicht ein, Digga, woher? Woher habt ihr diese Energie, Kraft und Geduld, eineinhalb, zwei, drei Jahre mit den netten Nachbarn vorzuspielen? Ist das wirklich deine Frau? Er sagt, ja, ja, das ist meine Frau. Ist auch wirklich mein Kind. Das ist nicht gelogen. Ich gucke ihn an, heißt du auch Marco? Er sagt, natürlich nicht. Aber du hast jetzt genug Zeit hier mit Pablo Emilio, Escobar und Gustavo und Mike. Genug. Ihr habt genug Zeit jetzt darüber nachzudenken, ob ihr das noch weiter machen werdet, wenn ihr irgendwann mal rauskommt oder nicht. Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen leben ihr auf dem Gewissen habt? Wisst ihr, wie viele Menschen gestorben sind durch eure Drogen? Wisst ihr, wie viele Menschen, junge Menschen abgestürzt sind wegen euren Drogen? Wisst ihr das? Abiturienten, Studenten, angehende Ärzte, Lehrer sind krepiert an euren Drogen? Denkt mal darüber nach. Aber du hast jetzt genug Zeit, mein Freund. Ich gucke ihn ja nicht so, du Hurensohn. Ich bin im Knast, Mike ist im Knast, Gustavo ist im Knast, Pablo Emilio Escobar ist im Knast und auch in verschiedenen Knasten. Na also, wir waren nicht alle in einem Knast. Nicht mal das haben die uns gelassen, die Schweine. Ich war im Knast, ich erzähle im Knast diese Story, die haben gesagt, Bruder, das ist ein Film. Das ist ein Film, Bruder. Film, Film, Film. Es gab viele Knast-Stories, aber meine Story war die krankeste im Knast. Was war das für eine Story, die du uns da erzählst? Da haben die Leute mir gesagt, ich habe gesagt, Bruder, dieser Typ war ein Teil von uns, Bruder, er war ein Teil von uns. Ich habe gesagt, Digga, da kam irgend so ein Lars oder so oder ein Lukas, ich weiß nicht mehr, da hat irgendwie zu ihm Hampelmann gesagt, der Typ hat ihm eine Bombe gegeben. Ich dachte mir, was geht jetzt ab? Und soll ich euch das krasseste erzählen? Dieser Lars, der ein, zwei, drei Mal bei uns gekauft hatte und dann Marco Hampelmann genannt hat, war auch ein Bulle. Den habe ich dann in der Gerichtsverhandlung auch gesehen. Der hat auch eine Zeugenaussage gemacht. Ich so, du Pussy, bist auch ein Bulle? Der kam und wollte mir eine Ansage machen, Marc kommt raus und gibt ihm ein Ding und sagt, was, wer ist hier ein Hampelmann? Und ich denke mir, wow, der Typ ist stabil, der hat ihn direkt schlafen geschickt. Das war sein Arbeitskollege. Ich kam nicht mehr klar auf mein Leben. Auf jeden Fall, ich kam auf diesen heftigen Film sehr, sehr, sehr lange nicht klar, wie heftig und wie gut und wie organisiert die das gemacht haben. Verdammte Scheiße. Ich habe achteinhalb Jahre gekriegt. Die Jungs haben ein paar Jahre gekriegt. Irgendwann bin ich rausgekommen. Ich habe lange überlegt, ob ich weitermache, wenn ich rauskomme. Das Geld war natürlich, es war sehr viel Geld. Aber natürlich habe ich die Anfangszeit darüber nachgedacht, klar. Aber nach ein paar Jahren ich würde keine einzige Minute, die ich mit meiner Mutter und meinem Vater verbringen könnte, für eine Million Euro verkaufen. Niemals. Das war's. Nie wieder Drogen. Nie wieder will ich was damit zu tun haben. Nie wieder. Das war's. Der Knast hat auf jeden Fall geholfen. Es war eine Lektion. Gott sei Dank und dafür bin ich Gott heute noch dafür dankbar. Ich habe oft gehört, wenn man im Knast ist, Mutter hat auf einmal Krebs, Vater ist auf einmal tot, Bruder wurde auf einmal überfahren, Schwester ist irgendwie abgehauen. Alles mögliche. Gott sei Dank, so wie ich reingegangen bin und nicht rauskommen, war alles noch so wie vorher. Und ich möchte euch damit nahelegen, Freunde, egal wie heftig ihr seid, glaubt mir, ihr könnt den Start nicht ballern. Glaubt mir. Es gibt so einen Spruch, hundertmal für dich und einmal für uns. Eine hundertmal macht deine Partys, hundertmal macht deine Geschäfte, aber einmal knallen wir dich und dann bist du am Arsch. Versteht ihr, was ich meine? Und es wäre echt stabil, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, jetzt ein Like da lässt, ein Kommentar da lässt und mir und meinen einzig unverwechselbaren Bramilio auf Instagram folgt. und das war's von uns. Euer Seid Ibrahim und das war's von uns.